. Bist du am Handy nicht erreichbar? Der soll mir in der Ruhe los. Hast du das Geld mit? Du kriegst das Geld, das hab ich dir gesagt. Du hast mich Frank schon einmal gefragt, warum er dich rausgeschmissen hat. Der will nicht reden mit dir. Aber ich! . 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 Hau mal hoch. Was ist mit dem? Den kann eh keiner mehr helfen. Und was ist, wenn der dort noch klebt hat? Der hat sicher nie mehr klebt. . 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